Damit man denkt so, der war doch gerade noch da, jetzt ist er schon wieder am Haus dran, krass. Super krass dann so. Genau, und hier wird es dann zu Erde. Boah, Alter, ist ja noch voll weit weg. Was ist das denn? Weil im Grunde müsste das dann hier irgendwo wieder runterfließen. Das ist voll breit dann. Was ist denn da los? Oder man lässt es hier unten reinfließen. Das könnte man rein theoretisch ja machen. Obwohl, das sieht auch ein bisschen scheiße aus. Scheiße sieht halt aus. Leck mich am Sack. Oh. Oh. So, oder? Fließt hier her, fließt hier runter, fließt hier entlang. Sorry, Zombie. War ich doch anders als gedacht. Mach's gut. Du bist ja eh schon tot. Wo pisst dich, Zombie-Junge? Mann, ist da Kohle im Wasser. Oh, Erde alle. Nehmen wir hier einfach mal die aus der Mitte. Ui. Bam. So. Wart ihr den noch weg? Hui. Und den. Den und den und den. Und hier noch wieder hin. Und den weg. Und den noch weg. So, jetzt wollen wir nur noch ein Eimer Wasser. Da ist er. Ich meine, an sich müsste er jetzt relativ schnell gehen nach hinten. Okay, nach dem zweiten Eimer. Aber ich hole den anderen dann von hier drin. Ist dann doch kürzer. Ihr dürft alle wieder rauskommen. Alles in Ordnung. Und? Oh ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt hat er Wasser verloren. Jetzt krieg ich das hier nicht mehr weg. Jetzt bekomme ich das hier nicht mehr weg. Gut, gut. Das ist aber geil so. Jetzt haben die 100 Pro mal geändert. Können da sagen, was ihr wollt? Können da auch sagen, wie der Pudat sagen würde? Ne. Okay, da fließt er jetzt runter. Aber. Da werden wir dann wieder beruhigt. So. Los, beruhige dich, du Wasser. Na, wie weit denn noch? So. Na, sehr gut. Immer weiter rein. Hö. Ach. Ach, komm. Ah, sehr fein. Sehr fein. Sehr fein, sehr fein, sehr fein. Ich würde fast schon sagen, hier noch was rein. Ich gucke gerade mal auf der Map, wie das so aussieht. Aber es geht, glaube ich. Ist doch ganz interessant so. Interessant. Ach. Wird man direkt bestraft, weil man seinen Eimer vergessen hat, ne? Okay. Okay, warte mal, hier rein? Ja, sehr gut. Sehr gut. Obwohl, hier die Reihe will ich auch noch machen. Noch sechs Erde. Könnte sogar reichen. Noch zwei, so. Okay, hier kommt ja Mist, da kommt auch noch Erde rein, oder? Na, zumindest ein Teil. Wer sich jetzt gerade gewundert hat, warum der... Ach, wo weißt du was? Warum der Sand-Stack, wo gerade nur einer drin war, wieder voll wurde? Das ist Inventory Tweaks und ich habe gerade R gedrückt in dem Moment. Und dann kann man die Sachen alle nachladen, die man unten in der Reihe hat. Nenn's jetzt einfach mal nachladen. Wenn das Magazin Ende ist quasi. Wenn die Medizin Ende ist. So, so ist das schon mal nice. Schon mal nice. Oh, gar nicht so sicher hier. Mit dem Move kommt hier auch jeder andere rein. What the fuck? Badehaus wollte ich bauen, ne? Badehaus. Genau. Okay, hier ist doch krass dunkel überall. Genau wie deine Mitte des Dorfes. Meine Güte. Meine Güte. Wo machen wir denn die Fackeln dran? Oder hinten an dem Holz? Wäre zumindest ein bisschen gleichmäßiger und würde auch vollkommen reichen hier. Dann hier an dieser Ecke noch. Und wer es noch nicht erkannt hat, überall wo er rot ist, können potenzielle Gegner spawnen. Okay, schon mal besser? Boah. Diese schnelle Drehen immer, ne? Das ist ja Hammer. Hammer. Extrem. Super heft. Das habe ich aber alle. Das habe ich aber alle gesagt hier. Hell genug. Wir müssen alle ein Opfer bringen und eine Fackel am Haus haben. Ja, komm. Ich denke mal hier in der Mitte, da muss ich mal was anderes noch machen. Vielleicht ein paar Glosstuhens oder so. Aber das meiste... Okay, dann meistern die nicht. Vieles. Vieles ist ja weg. Hä? So. Badehaus. Nur oben ohne. Wie war das? Boah, ist das immer voll hier. Er wird immer voller. Boah, heftig. Habe ich hier alles mit hab, ey. Warte mal, Sand. Na toll, Holz kann ich da oben rein tun. Bringt ja voll viel. Immer, ah, was für ein Lied, ey. Oh, das war ich aber nicht. Das war jetzt automatisch. Passt sogar so ein bisschen zusammen, du auf die Mucke. Wenn man das gerade in so einem Adventure betritt. Ich hör wieder ein. Bäm. Das kann ja nur sein, dass die da spawnen so in meiner Nähe ungefähr und dann die, dass die dann auf Bewohnerjagd machen gehen. Auf Bewohnerjagd. Jo, drei. Wohl, ne, einen nach vorne könnte man das noch machen. Wenn dieser Kranz genau einmal rum. Autsch. Hier oben drauf könnte so ein Sandstein drauf, der... Moment. Och, ne, davon hab ich nur einen mit. Beziehungsweise ein Paar. Oh, Mann, ist das dunkel. Oh, Mann, ist das hell. Ja, genau, deine Mitte reicht nicht, oder was? Ich würd' sagen, hier drüber kommt eh nochmal sowas hier in der Art so. Dann könnte da von innen die Fackel so. Pass auf. Kennst du? Gut, ein bisschen Schwund ist immer. Wo bist du? Komm her. Verschwinde aus dieser Stadt und erzählst alle deinen toten... Genau, erzählst alle deinen toten Freunden, dass die ja nichts zu suchen haben. Haha. Weg sind die... Ah, ja, warte, ich könnte die mal ausblenden, rennen die ganze Zeit hier mit den Zahlen rum, so. Immer nur damit, wenn man Angst hat, so, oh, da könnte einer spawnen. Aber ich frag mich, warum die Weltwirtschaft da nicht drauf gekommen ist, weißt du? Mach's ein... Wie viel sind da? Zweimal zwei Meter noch. Ein Meter tief und zwei einmal Wasser. Und schon hat man unendlich Wasser. So einfach, wer das. Ja, warte mal, wenn hier so eine Umkleidekabine drin ist, dann kann das auf keinen Fall hier drin bleiben. Die machen wir so ähnlich wie bei dem... Bei der Spezialfolge mit Pete und so. Pete Schmitty. Er kann das auch nicht sein lassen. Weißt du, schlägst du den Tod? Oh, der hat ein Schwert. Und die Reinkarnation von dem Zombie, beziehungsweise die Auferstehung, macht sie genau da zur Helbe wieder. Guck mal da wieder. Es ist einfach zu hell in der Ecke. Hi. Mann, bin ich voll. Andersrum könnte ich jetzt mal eben... Okay, die drei Kohle und die... Die Dynamit. Ja, das ist schwarz. Wo wir wollen die unbedingt mit mir rumschleppen? Ähm, wo war nochmal die Werkbanken? Ah ja, hier. Ja, hier war's. Weil wir ein paar Treppen brauchen. Genau, Treppen. Ja, genau. Sandsteintreppen. Hau ab. Glotzt der mich so voll nah an. Warte mal. Ah ja, hier. Ja, für euch. Nein. Hm, vielleicht doch andersrum. Vielleicht auch anders, andersrum so. Ne, komm, so ist gut. So ist doch gut. Da kommen nur zwei Fackeln rein noch. Ich will da keine potenziellen Monsters... Boah, na, ich dachte schon, ey, da kommt er so angerastet. So, hi, hi. Ich bin der Pfarrer. Hi. Willst du mal in die Beichtstube gehen? Ne, danke. Genau, voll die krasse Musik, wenn der Pfarrer angelaufen kommt. La, la, la. Ich schleich. Oh, ich hab' ne Idee, wie ich das... ...Skelett da hinten nerven kann. Ich laufe jetzt hier in den Bahnhof rein. Und mach' da überall Scheiben rein. Aber viel zu weit weg. Weil ich dachte, das Skelett denkt so, den hole ich mir den Wichser. Ja, und dann gehst du da hin und dann, ähm, sind da Scheiben drin. So super verwunderlich Scheiben drin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Arbeit, Arbeit.